Warte mal, was spielen wir? Wollen wir Syndra gehen? Wir gehen Syndra Let's get it Open Wir spielen gegen Kassadin Open Ok, wir spielen gegen Kassadin Actually, was spielt man gegen Kassadin? Kall? Oder schon Durans? Kall, Durans Tier? Durans, 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 Durans Ok, na gut Frozen was frozen on top lane But I bet you won't win since my frozen entered me We won't Frozen, this is Frozen Spur Ok Ok, wir haben Rekstein Mitte Also, auch wenn das Match nicht so geil ist Ich glaube, wir werden schon gewinnen Rekstein 10 ist in Kassadin P6 Ja, ja, aber Rekstein Das ganze Gehen lang ist ja nicht so Kassadin, oder? Und ich meine, wir werden Thrasher haben Und wir scaleen Also auch wenn wir den Kassadin Ob ich jetzt Doch ich keine Freelane hat Das ist ja nicht so gut für Kassadin, oder? Das ist ja nicht so gut für Kassadin, oder? Das ist ja nicht so gut für Kassadin, oder? Geht, wir Geht, wir Geht, Panik gehabt Das ist ja nicht so gut für Kassadin Das ist ja nicht so gut für Kassadin Ich kann leider nicht bis er das benutzt, ne? Ich kann leider nicht bis er das benutzt, ne? Ok, wir sind sehr weit ahead Das ist ja nicht so gut für Kassadin Let's see Und das ist in a f***ed Wave Alter, der wird so gebummst. Sind wir das broken? Was war das? Der ist auch geräumt. Chill, du Noob. Bitte. Du verstehst nicht, was gerade passiert. Du willst fucking gedeihen, wenn ich nicht hier bin. Ich habe deine Läden gerettet. Gar kein Problem. Das ist Flash. Nicht ihn. Okay, wir haben noch einen guten Base. Vielleicht werden wir die Platte dafür noch. Wir setzen, glaube ich, Jinx einfach mehr, damit ich fahren kann. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich weiß, was ich tue. Krass, der wird jetzt bestimmt nicht Jinx nicht killen. Also, wenn er gegen diesen Kater stirbt, dann weiß ich auch nicht. Der Kater ist 50 CS. Aber sie hat auch 50. Der ist schon dringend gekänzt, oder? Was? Wir sagen mal, die sterben alle dafür. Okay. Wir können jetzt auch easy einfach wegbossen, ne? Also, jetzt mal ehrlich, Sintra ist so broken. Ich first sende die gerade, ne? Das ist schon sehr illegal, wie fucking broken dieser Champ ist. Oh, der ist jetzt mit dir. Okay. Meine Ult hat keinen X-Kid Damage, ne? Kommt der Kasse den gerade runter? Shit. Er hat sich alle Hände gebrochen. Hände und Arme und Beine. Kek. I mean, there is at least the support, I actually didn't kill, I guess. Fuck. Geh ich aber sonst hier? Ne, schon flat pen. Oh, Frozen Spur? Wow, du gewinnst dann alleine inzwischen? Gar kein Problem dafür, ne? Aber ja, okay, wir sollen nicht sterben. Er war schon sehr greedy. Die Gute müsste anzufangen. Das habe ich, glaube ich, sehr viel Schaden gemacht. 160. Jetzt glaube ich, überlebt. Werde ich also die erste, ob ich sie also auch nicht use, dass ich glaube, der Shotdown war schon sehr schlecht. Oh, it's gonna be fine. Kannst du hier das Spiel gewinnen? Ich gewinne nicht jedes Spiel. Bitte, 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 gib Gottlin. Garen. Okay, die sind auch genauso dumm wie wir. Sind zwei Leute top rein. Es ist ja unglaublich, dieser scheiß Arrow. Nein, ey. Schau dir mal den Ruinstrick an. Ja, ich sollte, also, wenn ein Schwergespieler normalerweise smurfed, dann sollte er bis Master eigentlich keine Games verlieren. Außer halt, er kriegt richtige Griefer. Das Problem ist halt, ich bin ja nicht auf meinen Main-Champs, ne? Ich first time ja Champions. Na, das war eigentlich sehr schlimm gerade. Also, ich glaube, gegen Arsch zu sterben, wird das Game ein bisschen stucken. Oder vielleicht sogar Throne, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das fühle, so. 1000 Euro, dann kannst du den geben. Okay, wir sollten, ne, wir sollten ja erst gehen. Wir sollten ja erst gehen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es brauche. Ich meine, wenn ich nicht aggressiv spiele, dann bin ich ja extrem sogar fein, ne? Das ist schon sehr schlecht, was du da kochst, musst du da. Also, das ist korrekt, ne? Ich muss jetzt top pushen, aber trotzdem ist es nicht so gut. Das macht es ja nicht besser. Okay, weil die erste Krasse auch noch dünne, ne? Super easy sogar. Ich überlege, ob ich da hätte trappen sollen auf den, Ionen. What? Wie habe ich gerade? Gegen das stimmt hier nicht. Nochmal, 140 Gold. Krasser Schaden von ihm noch. Alter, dieser Krasse ist zum Glück nicht gut, ey. Das wäre sonst echt ein scary Game. Wahh! Okay. I gehen. I gehen. Okay, not the bad, Sven. Bei Ash, bitte geh zum Nash. Jinx, I see. Na gut, ich sehe einen Kill bekommen. Also entweder tötet oder Nash machen, aber ich glaube, Nash ist besser. Fast, dass er das so machen darf. Schaut auf dem. Warum geben wir denn überhaupt Base, wenn die noch obviously pushen? Puschen. Das war mäßige Base. Wenn wir dann vielleicht alle zusammenwesen sollen, na ja. Hm. Nicht blöd. Mann, nicht sehr blöd. Okay. I mean, wir haben aber jetzt gleich Soul, wir sind schon sehr Gucci eigentlich. Ich bin da nicht confident in dem Play hier. Das ist ein Disengage Angle, sogar kein Disengage Angle. Nicht barrier, Disengage. Nicht barrier, Disengage. Nicht barrier, Disengage. Das ist so broken geworden. Es ist unglaublich. Oh. Es ist so unglaublich, wie was ich da gerade machen durfte. Fuckin crazy. Ich bin gefühlt, aber ich bin einfach von diesen Stacks einfach gefühlt, ne? GG. Oh mein Gott, Syndra ist geil, Alter. Okay, Syndra ist fucking insane. Also ich meine, wir haben die Landingquests halt super hart gestompt, ne? Wir sollten niemals so ahead kommen, glaube ich. Okay, aber das war geil. Uiuiui, das war insane. Proposter Colin, dankeschön, für die gesagt. Die Drexler war aber sehr gut, ne? Also, ist auch vielleicht ein Fehler, aber nice. Das hat Spaß gemacht. Also, du kannst easy scalen, also du hast guten Wave Clear, gute Fights. Du bist halt sehr einfach, also du bist kind of einfach zu töten, aber nicht für einen Champion wie Kane, glaube ich.